hallo und willkommen hier zurück beim astros playroom ja wir wollen einen weiteren geheimnisvollen bot befreien und dazu reisen wir dieses mal in den ssd speedway als nächstes folgen wir den weg hier lang die gegner hier können wir einfach ignorieren springen weiter nach oben auch hier springen wir nach oben die gegner lassen wir wieder stehen springen weiter nach oben und jetzt rüber hier auf die seite weiter nach oben so und die gegner die machte jetzt einfach weg weil die stören bei der suche nach dem geheimnisvollen bot so das soll es gewesen sein und nun gehen wir hier vorne an die klippe und da ist der geheimnisvolle bot und um diesen zu befreien werden wir jetzt hier vorne an diesen kabel ziehen das kabel wird uns eine kiste zum vorschein bringen die kiste werden wir öffnen und darin ist eine gutling und die gutling nutzen wir um diese scheiben hier kaputt zu schießen achtet möglichst darauf lasst die gegner einfach wieder gehen lauf einfach herum und nun springen wir hier hoch stellen uns hier vorne hin und lassen uns dann von diesen gelben wurfgeschossen einfach treffen ja mehr gibt es überhaupt nicht was wir hier tun müssen für die trophäe von daher wenn euch der kleine guide wieder gefallen hat würde ich mich freuen über einen daumen nach oben und vergesst nicht den kanal hier zu abonnieren denn so verpasst ihr hier kein einziges video mehr bis dahin ciao servus macht's gut